Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen A Link to the Past. Wir haben das letzte Mal den zweiten Dungeon in der Schattenwelt abgeschlossen und die Might befreit und wir sind jetzt auf der Suche nach dem Eingang des dritten Dungeons. Und meine Vermutung ist, dass diese Löcher hier und auch die Eingang hier in die Tourenköpfe bereits Eingänge in den Dungeon sind. Und ich möchte mich jetzt davon überzeugen. Jo, und so landen wir direkt im Dungeon, in irgendeinem random Raum. Und das ist auch einer der Gründe, wieso ich diesen Dungeon überhaupt nicht mag. Er ist so unlinear. Es gibt so viele verschiedene Eingänge und man weiß überhaupt nicht, wo man anfangen soll zu suchen. Und sowas mag ich ehrlich gesagt nicht so ganz gerne. Aber, naja, ich hoffe wir schaffen das trotzdem vielleicht nicht komplett in diesem Part, aber irgendwann mal. Okay, da kommen wir erstmal nicht weiter. Obwohl vielleicht jetzt, wo wir diese Bodenschalter geändert haben. Ah, guck mal an. Aber hat uns das überhaupt geholfen? Was macht dieser Schalter hier? Aha, okay. Schon ein episches Geheimnis hier gelöst. Aua. Und hier ist direkt die epische Truhe des Dungeon-Items. Die ich natürlich noch nicht öffnen kann, weil ich den Schlüssel noch nicht habe. Aber so wird man hier schon geteasert mit epischen Geheimnissen. Oh, das war vielleicht dumm. Ich hätte mich auf die andere Seite ziehen können mit dem Enterhaken. Und dann die Krüge umhauen können. Aber dann hätte ich keinen Zurückweg mehr gehabt. Das war blöd. Aha, du Blödmann. Sterb, du komischer Typ. Du Blödmann. Du Wurst. Okay. Die Karte. Das ist ja schön. Direkt schon bekommen. Wie sieht denn das aus hier? Okay, es hat eigentlich nur eine Etage. Das zweite Kellergeschoss ist so ein bisschen vernachlässigt worden. Sieht so, als ob das nur eine Testumgebung wäre. Aber das ist tatsächlich der Bossraum, glaube ich. Ich habe das übrigens noch nie demonstriert. Aber wenn man dagegen stößt, dann wird man zurück gebounced. Und ich weiß auch nicht, ob irgendwo hinter solchen Dingern hier mal ein Geheimgang versteckt ist in diesem Dungeon. Ich kann mir sowas durchaus vorstellen. Einen Schlüssel habe ich noch nicht. Deswegen ist das hier die einzige Tür, die wir momentan nutzen dürfen. Und hier können wir wieder raus. Das war ja nicht so erfolgreich. Obwohl doch, warum eigentlich nicht? Wir haben Karte bekommen. Und noch andere tolle Sachen gemacht. Aber was ist das hier denn zum Beispiel für ein Eingang? Ach, wie hieß das Dungeon überhaupt? Wie heißt das Dungeon? Äh, Skelettwald. Oh, das klingt ja auch toll. Skelettwald. Hier sind ekelhafte Mumien. Iiii, Mumien. Und die halten voll viel aus. Ey, oh mein Gott. Irgendwas muss man hier tun, um die Tür zu öffnen. Ich könnte theoretisch auch direkt in die nächste Seite. Äh, in den Raum bei der anderen Seite gehen. Aber ich möchte erstmal gucken, was hinter der verschlossenen Türe sich befindet. Dafür muss dieser Gypto leider sein Leben lassen. Hä? Äh, äh. Grabscherhände, ey. Das ist ja der blanke Wahnsinn. Okay, irgendwie muss ich das schaffen, eine Statue darauf zu bekommen. Aber wie? Die kann ich gar nicht verschieben. Ah, diese hier geht. Okay. Man muss das so anstellen, dass man selbst hinter der Statue ist. Denn sonst ist das Schwachsinn. Äh. Diese Hände, ey. Die sind super gemein. So, Hepper und, äh, so. Jetzt kann ich die Statue nach hinten ziehen. Dann kann sie auf dem Schalter stehen bleiben, während ich einfach weggehe in die Tür. Haha. Voll schlau gewesen. Und hier ist eine Truhe. Was da drin ist, werde ich direkt herausfinden. Denn das ist, äh, das ist, äh, cool. Truhen sind. Ah, nein. Ein Gegner, der mich an den Hasen verwandelt. Oh, der große Schlüssel schon jetzt? Das ist cool. Nein. Okay. Die Hasenverwandlung hat mich sonderlich lange angehalten. Ja, wir wissen ja, wie schlimm das ist, als Hase, äh, sein Dasein zu fristen. Äh, wir können theoretisch uns das Dungeon-Item schon holen. Ich bin ja überlegen, das echt schon zu machen. Warum sollte man das nicht jetzt schon machen? Holen wir uns eben schnell das Dungeon-Item. Das war ja direkt nebenan. Äh, und dann, äh, sollten wir vielleicht, äh, voll gut schon durch den Dungeon durchkommen können. Das wäre doch richtig genial. Wir haben den großen Schlüssel. Wir haben die Lokation, den Ort auch genannt, von dem Dungeon-Item. Also, was kann uns noch aufhalten? Das Dungeon-Item hier ist ziemlich cool. Ein Äquivalent zu dem Feuer, äh, zu dem, zu dem Eisstab. Und jetzt habe ich schon gespoilert, was das ist. Aber egal, ihr wisst das sowieso alle schon. Oh nein, ich bin hier in einer ziemlich ungenziehenden Situation. Haha, weg mit dir und, äh, zack. So, und tschüss, stirb. So, die große Schatztruhe können wir somit öffnen. Und was ist es wohl? Was wird es wohl sein? Es ist der magische Feuerstab. Er beherrscht rotglühendes Feuer. Aber achte auf deine Magieanzeige. Äh, was? Ich wollte eigentlich zu den Krügen gehen, in der Hoffnung, dass da irgendwas lebenserfrischendes drin ist. Ich drücke immer die falschen Tasten. Ich werde es nie lernen. Niemals werde ich es lernen. So, Heppa. Was ist hier cooles drin? Eine Fee wäre das geilste. Aber nur Magie? Ernsthaft? Das war ja ziemlich enttäuschend. Dafür hätte ich den Umweg jetzt nicht unbedingt nehmen brauchen. Na gut. Na gut. Und dieses Skelett hier, warum ist der da? Das ist ja sehr angsteinflößend hier. Na, so ein paar einzelne Herzen gibt es hier tatsächlich. Na gut. Aua. Oh, fuck. Das war fast dumm. Das war fast dumm. So, wir haben immer noch keinen Schlüssel, deswegen... Autsch. Kommen wir hier nicht weiter. Wir kommen hier nicht weiter. Übrigens, der Feuerstab ist ziemlich effektiv gegen diese Gyptos, die wir in diesem Dungeon noch ein paar Mal treffen werden. Denn das sind irgendwie so die Markenzeichengegner dieses Dungeons. Und da die ja aus Toilettenpapier bestehen, diese Mumien, kann man die richtig gut abfackeln damit. Ich glaube, ein Schuss mit dem Feuerstab reicht, um ein Gypto zu töten. Wohingegen das Master-Schwert irgendwie vier Schläge braucht oder so. Also Master-Schwert, im Großen und Ganzen können wir echt sagen, dass es richtig suckt. Auch schon gegen Arganum haben wir das ja festgestellt. So, der einzige sinnvolle Weg, den wir noch nicht gegangen sind, ist jetzt tatsächlich hier weiter. Aber wir brauchen überall Schlüssel. Ich habe keinen. Das ist ein bisschen uncool. Karte, was sagt die? Ja, so viele verschiedene Eingänge gibt es in diesem dummen Dungeon. Das ist so verwirrend. Aber jetzt kommen wir vielleicht zu einem weiteren Eingang, den wir vorher nicht erreichen konnten. Zu dem Haupteingang zufälligerweise. Oh nein, das Herzchen wieder, ey. Das Piepen des Todes. Doch, wir hätten das locker erreichen können. Oh man, ich bin ein bisschen waghalsig mit meinen Feen, glaube ich. Habe ich noch eine? Habe ich jetzt noch eine? Oder war das meine letzte? Oh oh, oh oh. Habe ich noch eine Fee? Nein, oh mein Gott. Da muss ich ja super vorsichtig sein. Oh shit. Okay, gehen wir in den Haupteingang. Denn das erscheint mir sinnvoll. Erstmal hier um diese komischen Dinge rum. Was soll das überhaupt sein? Das sieht aus wie Pudding mit irgendeinem Tumor oder so. Ist hier ein Herzchen drunter oder so? Oder eine Fee? Das ist der Haupteingang übrigens. Also meiner Meinung nach ist das der Haupteingang. Da kommen wir rein, indem wir den Feuerstab tatsächlich benutzen. Zack. Und weggebrannt. Und rein in den guten, toten Kopf. Ich glaube, hier war irgendeine Blockade unten, oder? Konnte man da durch? Ne. Aber, ah, man konnte mit so einem komischen Umweg da durch. Oh, irgendwie konnte man durch. Ah, ne. Ah, ich verstehe. Das war anders. Unten sind manche Wege blockiert. Und das ist verwirrend. Und, ouch. Ah, okay. So kommen wir mal hier hin. Aber jetzt bin ich gefangen. Was soll das denn? Hä? Was? Wo bin ich denn? Ich komme nicht zur Seite. Ah, doch hier. Okay. Fast wäre ich schon wieder zurückgegangen. Und dann hätte ich den Weg verpasst. Und das wäre ziemlich uncool gewesen. Okay, da ist nix. Da ist nix. Hier ist Gipto. Brenne. Burn. Ja, eine, ein alleiniger Schuss von dem Feuerstab reicht aus, um Gipto zu töten. Oh nein, ich bin, äh, ein Bunny Link. Richtiges Playmate. Für den Playball kann ich mich bewerben. Hier ist hier ein Schlüssel. Bitte, sonst bin ich aufgeschmissen. Okay, danke. Danke. Wir haben jetzt die große Wahl. Wir haben mehrere Schlüsseltüren bereits gefunden im Verlauf des, äh, Dungeons. Aber diese hier, die wir hier gesehen haben, ist natürlich die am nächsten, äh, befindliche. Deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach dort rein. Wenn ich mal den Weg hier zurück finde. Na, komm, Link. Finde den Weg. Denn das ist wichtig. W-her, hallo, ist das jetzt hier... W-w-was? Warum geht das manchmal nicht? Das macht, äh, das irritiert mich. Macht dieser Schalter irgendwas? Ne, okay. Der geht nicht zu betätigen. Aber hier können wir die erste Tür öffnen in diesem Dungeon. Oh Gott, dieser Raum. Muss ich alle die Gegner töten hier? Alle Gegner müssen vernichtet werden. Oh, und hier sind auch noch solche heftigen, hässlichen Handgrabscher, ey. Die sind super uncool. Die sind super uncool. Ich weiß gar nicht, wie ich der... Oh nein! Einmal auf die falsche Bodenplatte getreten und schon ist das komplette Abenteuer hier zu Ende. Das Abenteuer wird übrigens auch zu Ende, wenn man sich von dieser scheiß Hand erwischen lässt. Denn dann wird man an den Eingang teleportiert. Und nicht an den Eingang des Raumes, sondern den Eingang des Dungeons. Und zwar den Eingang, den man genommen hat. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, Eingänge hier zu nehmen. Hä, warte, wie komme ich denn überhaupt weiter hier? Stirb, Mann. Du nervst. Wie komme ich überhaupt weiter? Ich hätte, glaube ich, nicht mit diesen Dingern werfen sollen. Denn die brauche ich, um mich hier über die Abgründe zu hangeln mit dem Enterhaken. Okay. Das, äh... Aber die sind trotzdem weg. Oh nein! Die sind trotzdem weg. Das gefällt mir nicht gut. Das gefällt mir... Das hat mich so sonderlich gut. Oh nein, jetzt hat er mich gegrabt. Oh mein Gott! Und so landen wir wieder am Eingang. Aber so schlimm ist es nicht, denn das war ja direkt hier ein Raum, nur weiter. Aua! Also kein größeres Problem. Und jetzt sind die Dinger wieder da. Okay, coole Sache. Hoffen wir, dass wir es diesmal ein bisschen geschickter anstellen können. Denn das wäre toll. Aber wie denn? Oh, das war zum Beispiel richtig schlecht. Haha! Ah ne, das war gar nicht schlecht. Denn so komme ich jetzt da hin. Haha! Nein! Ich habe mich doch darüber gezogen. Will der mich verarschen? Will der mich komplett verarschen? Oh, dieser Raum, ey. Das ist ja der hässlichste Raum in aller Zeiten. Oh nein, und jetzt du wieder! Mann, ich will doch nur überlegen. Hier wird einem keine Zeit gelassen zum Überlegen. Man muss hier knallhart sofort die richtigen Gedanken haben. Äh, 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 na oh, da war doch gar kein Schalter. Da war doch gar kein Schalter. Okay, ich glaube, ich glaube, ich habe es gerafft. Ich glaube, ich habe es gerafft. Stärb mal, ich habe keinen Bock auf dich. Aber wie komme ich da hin? Das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein. Ah, hier rüber. Ah, okay. Okay, okay, okay. Man hätte den Enterhaken im Endeffekt doch nicht gebraucht. Okay, gut. So, haben wir das geschafft, ey. Oh mein Gott, das war ja schon eine Tortur, ey. So, ihr doofen Giptos dürft alle sterben. Hier braucht man den Feuerstab in der Tat auch, um das Rätsel zu lösen. Denn die Fackeln gehen zu schnell aus, wenn man das mit der Lampe anzünden würde. Deswegen, äh, muss der Feuerstab dafür herhalten. Denn der ist ja quasi die, äh, Lampe für Entfernung. Außerdem über die Löcher da wären wir sowieso nicht gekommen mit dem Dingsens, mit der Lampe. Deswegen kein Problem. Und diese ganzen Hände sind super nervig. Und auch dieses Ding ist super nervig. Oh Mann! Hä? Was ist denn jetzt passiert? Wieso dieses Geräusch? Aua, Mann! Ich lasse mich von so viel Zeug treffen. Das ist nicht gesund, Link. So, du darfst auch gerne sterben, du Arsch. So, und ich glaube, hier ist tatsächlich der Fall, dass hinter einem dieser Vorhänge irgendein geheimer Gang ist. Yo, da haben wir ihn auch schon. Okay, cool. Dann können wir da weitermachen. Und demnächst müssten wir theoretisch wieder eine Schlüssel finden in diesem Raum, denn sonst sind wir aufgeschmissen. Sonst sind wir aufgeschmissen. Yo, du darfst jetzt mal sterben. Danke für den Schlüssel. Danke für den Schlüssel. Das war wirklich lieb. Ist hier noch irgendwas hinter? Wahrscheinlich nicht, oder? Nope. Nope, nope, nope. Und hier kann man sich runterfallen lassen. Führt das nicht theoretisch schon zum Boss? Führt das nicht theoretisch schon zum Boss, aber wir haben doch noch so viele Räume nicht erkundet. Aber gut, irgendwas Wichtigeres als das Dungeon-Item gibt es sowieso nicht. Also wenn da der Boss ist, dann bekämpfe ich ihn und dann verziehe ich mich. Ich glaube, da ist schon der Bossraum. Ja, tatsächlich, das ist der Boss. Mit dem Feuerstab können wir dem tatsächlich einiges an Schaden zufügen. Müssen allerdings ein bisschen auf unsere Energieanzeige achten. Gemein an diesem Raum ist natürlich, dass sich der Boden bewegt und man quasi durchgängig auf einem Fließband sich befindet. Und außerdem, dass diese Stacheln sich bewegen und ich hatte keine Fee mehr. Das bedeutet, ich bin tot. Permadeath. Game over. Shit. Okay, speichern und weiter. Verdammte Kacke. Okay, aber alles wurde gespeichert. Von daher ist es nicht so ultraschlimm. Natürlich ist es ein bisschen peinlich, wenn man das Spiel jetzt beendet. Dann steht da natürlich, äh, erlittene Tode 1. Das ist blöd. Aber jetzt kenne ich hier den Weg zum Beispiel perfekt. Das ist super toll. Ein bisschen Energie hätte ich, also Magie, hätte ich doch ganz gerne noch. Denn Magie ist super cool. Und der Boss ist auch sehr magieintensiv. Also wäre cool, wenn irgendwer mir hier Magie, äh, schenken würde. Ja, ein bisschen mehr wäre cool. Eine große Buddel hätte ich gerne. Eine Buddel. Eine Buddel Magie. Oh, danke, da war die große. Das war schön. Muss ich die überhaupt noch benutzen? Ja, muss ich. Tür war wieder zugefallen. So. Zack. Zack, zack. Ihr könnt euch vorstellen, wie schlimm das wäre, hätten wir nicht das Magie-Upgrade. Dann wären wir jetzt schon out of mana, wie der, äh, MMO-Spieler sagen würde. Ich hoffe, diesmal läuft es ein bisschen besser. Das wäre richtig toll. So, hepper und vorbei hier geschlängelt. So, nächster Versuch gegen, äh, diese Motte. Welches der Ant-Boss dieses Dungeons ist. Äh, Energie gibt's leider nicht. Oh, fast hätte ich mich von der Hand erwischen lassen. Das wäre ja blöd gewesen. Okay. Stirb. Du hast bestimmt einen Namen. Ich glaube, du heißt Motula. Aber da bin ich mir unsicher. Wieso? Bei manchen anderen Sachen auch. Oh nein. Ich bekomme viel zu viel Schaden. Das gefällt mir alles nicht gut. Aua. Ah, verdammte Kacke. Ah, die Steuerung. Oh, what the? Ich hab nicht mehr sonderlich viel Magie. Okay, aber es hat gereicht. Okay, der Kampf, äh, lief ja dann doch recht, äh, äh, flott. Wir haben das Herz bekommen. Das Herz-Container. Dritten Dungeon abgeschlossen. Und natürlich auch den Kristall. Und damit die dritte Maid befreit. In der Schattenwelt bleiben noch vier. Also wie ihr sehen könnt, das Spiel ist wesentlich kürzer als andere Zelda-Spiele. Und das, obwohl es so ultra viele Dungeons hat. Aber ich glaube, das liegt teilweise auch einfach daran, weil ich einfach weiß hier, im Gegensatz zu anderen Zelda-Spielen, wo man genau hin muss, um Sachen zu bekommen. Zeif, du hast mich aus den Klauen der Ungeheuer befreit. Ich bin dir auf ewig dankbar. Hast du von der Prophezeiung der großen Zerstörung gehört? Sie lautet folgendermaßen. Der Gerät, das Treiforst... Der Gerät. Das Treiforst in die Gewalt eines dunklen Herzens soll ein Held erscheinen. Das bin ich. Jener allein wird sich dem stellen, der die große Zerstörung hervorgerufen hat. Das ist Ganondorf. Wird der Held jedoch bezwungen, ist die Welt der Herrschaft des Bösen ausgeliefert. Das ist mir ja zum Glück gar nicht passiert in diesem Part. Nur ein Mitglied der Ritter von Hyrule, der Königswache, kann zum Helden auserkoren werden. Zum Glück war unser Onkel ein Mitglied der Königswache, wie sie aussieht. Du stammst aus ihren Ahnenreihen, nicht wahr? Dann musst du Prinzessin Zelda unter allen Umständen retten. Haha, ich habe prediktet, was der nächste Textenblock ist. Hast du alles verstanden? Ja, möge der Weg des Helden zum Triforst führen. Richtig cool, wir haben schon drei Dungeons der Schattenwelt befreit. Oder besiegt. Geschafft! Das nächste befindet sich im Dorf der Verbannten. Und das Upgrade, was wir dort bekommen, wird uns sehr viel weiterhelfen, um uns ein bisschen besser auf der Overworld zurechtzufinden und uns den Weg zu einigen Herz teilen und einigen Items offenbaren, glaube ich. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Denn dann werden wir uns um den nächsten Dungeon kümmern, wie es aussieht. Bis dann, Leute! Und ciao!